Hey lieben Brixis und ein herzliches Willkommen hier zum ersten Blick auf die Lego Minifiguren Serie 23 in wunderschönem Orange. Erscheint im September 2022 für 3,99€ pro Minifigur und wir haben natürlich wieder die Möglichkeit 12 verschiedene von diesen Minifiguren zu sammeln. Und dabei sind einige richtig richtig klasse Figuren und leider auch wieder ein paar, die mir nicht so gefallen. Aber heute wollen wir natürlich zumindest mal die ersten 6 Packs auspacken. Die habe ich nämlich online gefunden, die gab es schon ein bisschen früher und deswegen hatte ich eben 6 Stück, die wir uns heute schon mal ein bisschen früher anschauen können. Ich werde demnächst natürlich auch noch weitere von den Figuren auspacken, vor allem weil es eben auch ein 6er Pack gibt und ich gerne ausprobieren möchte, ob das genauso ist wie beim letzten Mal, dass man sich eben ein 6er Pack kaufen kann und dass da immer unterschiedliche Figuren drin sind. Aber das testen wir dann natürlich aus, sobald ich da meine Hände ran bekomme. Dann werde ich euch die komplette Serie natürlich auch noch zeigen, weil ich will auf jeden Fall alle Figuren davon haben. Und heute nehmen wir natürlich meine Schere Susi und schneiden die ersten 6 Packs auf und schauen mal rein, was für Figuren ich dann eben von diesen 12 Figuren, die man bekommen kann, hier auch rausbekomme. Ich versuche mal ganz kurz hier den Sammlerzettel rauszukriegen, damit wir dann den ersten Blick drauf werfen und noch nicht sehen, was denn eigentlich hier drin ist. Weil wir wollen natürlich schauen, was die ersten oder was die generellen 12 Figuren sind, die man bekommen kann. Es gibt bestimmt auch noch einige von euch, die das noch gar nicht wissen, was es denn eigentlich so für coole Figuren hier drauf gibt. Was mir als erstes auffällt, ist natürlich, es ist wieder sehr gemischt. Also wir haben sehr viele verschiedene Charaktere mit dabei. Das ist natürlich eine nummerierte Serie. Und die soll wieder feiern. Also wir haben hier wieder irgendwie so eine Partyserie, wie wir das bei Serie 18 schon hatten. Hier kenne ich allerdings den Grund nicht. Also ich weiß nicht genau, warum es eine Partyserie ist. Es ist einfach Serie 23. Und was ich auch ein bisschen schade finde, ist, wir hatten jetzt die letzten Jahre immer die Serie passend zum Jahr. Und jetzt haben sie die Serie 23 einfach vorgezogen. Und ja, das weiß ich nicht genau, was ich davon halten soll. Ist ein bisschen schade, weil das immer so schön gepasst hat. Mit zwei lizenzierten und dann eben einer nummerierten Serie. Ich glaube, meine absoluten Lieblingsfiguren sind definitiv das Rentier, der Schneemann und genau dieser Winterelf hier unten. Ich weiß nicht, ich finde dieses kleine Haus mit dem bedruckten, mit dieser bedruckten Glaskuppel darüber, finde ich richtig, richtig klasse. Und ja, ich weiß nicht, also den Wolf finde ich auch noch ganz nett. Der Drache ist natürlich ein netter Recolor. Das Boot finde ich auch ganz nett. Und ich glaube, ja, ich weiß nicht, also der Spielzeugsalat natürlich auch. Ich glaube aber, die ersten drei sind meine absoluten Favoriten, weil die einfach mega, mega klasse aussehen. Hier hinten noch eine kleine Anleitung für so das ein oder andere von diesen Modellen oder von den Figürchen hier. Und natürlich das niedliche Rentier guckt hier raus. Ich finde das richtig klasse. Und damit würde ich sagen, wir gucken auch schon rein, welche von den Figuren wir dann hier im ersten Pack drin haben. Ich hoffe, es ist natürlich eine meiner Lieblingsfiguren. Und wir öffnen das Ganze und gucken rein. Es ist noch gar nichts. Okay, wir haben ja ein blaues Teil. Ist das... Oh, das sieht irgendwie rittermäßig aus. Ist das die Ritterin? Ich weiß nicht. Nee, warte, was ist das? Ist das der Wolf? Oh, das ist der Wolf. Wie cool. Ladies and Gentlemen, ich freue mich ein Wolf. Ich finde die Figur richtig, richtig klasse. Und vor allem ist es auch eins der ersten Male, dass wir hier dieses bedruckte Teil von einem Sack bekommen. Also so ein kleiner, ja, normaler City-Sack, den wir eben schon öfter mal mit einem Weihnachtsmann bekommen haben. Jetzt aber in bedruckt. Ich finde den richtig, richtig niedlich. Die Beine sind natürlich dual-molded und dann eben bedruckt hier auf den Seiten, dass es so ein bisschen franziger aussieht. Und das Gesicht, oh mein Gott. Ich bin ein so großer Fan von diesem, ja, Gesichtsteil oder von diesem bedruckten Kopf. Die Vorderseite ist klasse. Die Rückseite, ja, spielt so ein bisschen auf dieses Märchen mit den Schweinchen, glaube ich, an, wo er versucht, die... Oder das Haus zu zerpusten. Finde ich jetzt aber nicht ganz so schön. Also ich werde auf jeden Fall die andere Seite vorne lassen. Ich finde das so unglaublich niedlich. Und ja, hier könnte ich mir tatsächlich vorstellen, noch irgendwelche Schweinefiguren zu kaufen aus vorherigen Serien und die einfach daneben zu stellen. Und damit kommen wir auch schon zur zweiten Minifigur und schauen auch hier natürlich einmal rein, was denn hier so drin ist. Ich hoffe heute natürlich drauf, dass wir keine Doppelten drin bekommen. Es ist natürlich immer so eine Sache. Ich glaube, bei den 6er-Packs, da ist es halbwegs garantiert. Aber hier ist es eben so, dass man, ja, ich habe die random bekommen. Ich habe die random online bestellt. Die werden random aus irgendeinem Kasten rausgegriffen. Das heißt, die Chance wäre da. Und hier haben wir den Popcorn-Typen. Also ja, ich bin ganz ehrlich, es gehört jetzt nicht unbedingt zu meinen Favoriten. Aber ja, das Teil ist ganz nett. Die Figur an sich ist auch ganz schön. Und auch das, ja, ich weiß nicht, das Popcorn-Teil haben wir halt noch nie gehabt. Aber ich finde einfach, das sieht nicht so schick aus. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie nicht der größte Fan. Aber es gibt bestimmt riesen Fans davon. Das Gesicht hingegen finde ich allerdings ziemlich klasse. Also es ist irgendwie so freudig. Das kriegt man nicht ganz so häufig. Und hier noch so ein niedliches kleines Smirk oder Smile oder wie auch immer man das nennen möchte. Und das Popcorn-Teil ist ja auch rundherum bedruckt. Ich weiß nicht, ich bin aber irgendwie nicht so ein Fan von der Figur. Deswegen, das ist auch definitiv nicht meine Lieblingsfigur. Aber schlecht ist sie auf jeden Fall nicht. Dann kommen wir auch schon zur dritten Minifigur. Und bisher sieht es ja ganz gut aus mit den doppelten bzw. nicht doppelten. Ich hoffe, das bleibt auch fürs heutige Unboxing zumindest so der Fall. Und wir schneiden die dritte Figur einmal auf und gucken rein. Ich hoffe natürlich, dass ich heute zumindest zwei von meinen drei Figuren oder zumindest eine von meinen drei Figuren bekommen kann. Ich hoffe natürlich am meisten, glaube ich, auf das Rentier. Weil das Rentier ist so unglaublich niedlich. Und wir packen das nächste einmal aus. Ist das der Weihnachtself? Oh mein Gott! Das ist der Weihnachtself oder, Entschuldigung, die Weihnachtselfin. Oh mein Gott, ihr lieben Leute, ich bin ein riesengroßer Fan. Diese Figur ist der Wahnsinn. Ich bin unglaublich überzeugt. Und ich will auf jeden Fall noch mindestens mal zehn weitere davon. Wow, sieht die gut aus. Wir haben insgesamt Trial-Molded oder Trial-Molded Beine oder wie auch immer man das nennen möchte, bedruckt von allen Seiten. Und das sieht so unglaublich gut aus. Der Torso ist klasse. Das Gesicht ist klasse. Gucken wir uns gleich noch an. Aber was ich vor allem richtig cool finde, ist diese kleine Schneekugel hier. Und die hat tatsächlich kleine Punkte drauf gedruckt. Könnt ihr sehen, dass so ein bisschen den Schnee darstellen soll. Und dieses kleine Haus ist tatsächlich ein 1x1-Plate-Teil bedruckt. Und das bekommt ihr tatsächlich all diese drei Teile noch als Ersatzteile hier im Set mit drin. Also absolut wunderschön. Das Haarteil ist genial. So ein bisschen gummiartig. Und auch das zweite Gesicht auf der anderen Seite ist einfach fantastisch. Eine meiner drei Lieblingsfiguren haben wir doch schon mal. Und das sollte doch bestimmt möglich sein, hier aus den letzten dreien noch meine letzten beiden fehlenden Lieblingsfiguren rauszuziehen. Das darf doch kein so großes Problem sein. Und wir öffnen mal das vierte Pack. Ne, das dritte. Doch, das vierte Pack. Genau, ich kann gar nicht mehr zählen. Und schauen mal rein, was hier denn so drin ist. Ich hoffe... Warte, kenne ich das? Ne, das... Das ist das Rentier. Oh mein Gott, ist das das Rentier? Nein, das gibt's doch gar nicht. Oh mein Gott. Also langsam wird's ein bisschen creepy mit meinem Glück hier. Ich hab hier das Rentier bekommen. Ich hab jetzt also zwei von meinen drei Figuren, die ich haben wollte auf jeden Fall. Und ja, diese Figur sieht einfach wunderschön aus. Ich hab sie mir ja schon lange angeschaut auf irgendwelchen Bildern, seit eben die Bilder rausgekommen sind. Und wow, die Figur, die überzeugt einfach. Also ich weiß nicht, die enttäuscht auch nicht. Es ist einfach eine richtig niedliche kleine, ja, Kostümfigur. Wir haben ja ein kleines, ich weiß gar nicht, Lebkuchen wahrscheinlich. Lebkuchenherz in der Hand. Und dann ein kleines Paket. Das kann man auch tatsächlich öffnen. Eigentlich gehört auch das Lebkuchen-Ding da rein. Also können wir das Lebkuchenherz dann einfach reinlegen. Es gibt auch ein zweites davon als Ersatzteil. Also das können wir dann hier einfach mal, ja, ersatzweise unterbringen. Und dann das Paket wieder in die Hand legen. Ich lass das jetzt mal weg. Aber auch der Print hier auf dem Torso auf der Vorderseite. Dieses kleine, ja, Glöckchen, was da runterhängt. Unglaublich niedlich. Und was ich, glaube ich, am besten finde hier, ist das Gesicht. Das hat nämlich hier so kleine Schneidezähne. Und auch auf der anderen Seite. Also es ist unglaublich niedlich hier auch, wie sie dann hier so grinst. Das ist einfach fantastisch. Es sieht einfach toll aus. Und was ich auch klasse finde, ist, dass man hier diese kleinen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Hörner, Antlets oder so abnehmen kann. Es gibt auch ein weiteres Ersatzteil davon. Und dann kann man das tatsächlich irgendwelchen Minifiguren, die auch noch auf dem Kopf haben, wie Friends-Figuren zum Beispiel, einfach oben draufsetzen. Und dann kommen wir auch schon zu den letzten beiden Figuren, die ich hier noch habe. Und jetzt wird es natürlich richtig spannend. Bekomme ich noch meinen Schneemann, die Nummer 3? Oder müssen wir damit dann eben aufs nächste Unboxing warten? Wir gucken mal rein. Wie gesagt, zwei Packs sind ja noch übrig. Und ich habe schon zwei von meinen, ja, drei eigentlichen Lieblingsfiguren hier bekommen. Also ich bin unglaublich glücklich mit dem heutigen Unboxing. Also das ist, ja, der absolute Wahnsinn. Wir kippen es einmal aus. Was kann es sein? Ah, gucken wir mal rein. Ah, das Gesicht. Kenne ich das? Ne, kenne ich, glaube ich, noch nicht, oder? Ach, der Popcorn-Typ. Na gut, aber eine Figur muss ja doppelt sein. Dann kommen wir auch schon zum letzten Pack für heute und packen natürlich auch das hier einmal aus und schauen einmal rein. Wie gesagt, die Quote ist trotzdem gut. Eines von vier, nee, von fünf Packs war jetzt eine doppelte. Also das ist völlig in Ordnung. Und ich gebe ja auch zu, abgesehen vom Popcorn-Typen, würde ich mich über jede andere doppelte Figur von heute freuen. Also die anderen Figuren sind wirklich klasse. Und ich glaube, gerade das Rentier oder auch diese, hier, wie heißt sie denn, diese Wichtelin hier, hätte ich absolut gern nochmal. Deswegen, also da würde ich mich absolut nicht beschweren. Und wir gucken natürlich einmal rein, was wird es sein? Wird es eine letzte fehlende Figur sein oder ist es irgendwas, was wir... Ne, das sieht anders aus. Das sieht aus wie die, sieht das, ist das die Elfin? Nicht die Elfin, sondern diese Fee oder so. Ich weiß es gar nicht, lass mal gucken. Irgendwas Rosanes kommt raus, mal gucken. Ist es was Rosanes? Ja, es ist die Fee, genau. Also wir haben hier die Fee mit dem Rock und den wunder, wunder, wunderschönen bedruckten Flügeln. Und ich gebe zu, ich habe absolut überhaupt keine Ahnung, wo ich bei dieser Figur anfangen soll, denn die ist einfach unglaublich wunderbar geworden. Ich habe es gar nicht realisiert. Von den Bildern erkennt man das gar nicht, wie cool die eigentlich ist, bis man sie dann selbst in der Hand hat. Ich habe es ja schon gesagt, die Flügel sind wunderschön geworden. Auf der Rückseite haben wir keinen weiteren Print, aber eben ja auf den Flügeln. Und das sieht so unglaublich wunderschön aus. Aber selbst wenn die Flügel weggelassen wären, hätte man noch ein weiteres Teil hier unten, was nicht nur bedruckt, sondern eben auch doppelt bedruckt wurde. Das heißt, es ist eigentlich ein weißes Rockteil. Wir gucken hier mal unter den Rock. Sondern es ist dann eben oben mit lila bedruckt. Und dann nochmal mit kleinen Sternchen. Also alles ein wunderschöner, detailreicher Print hier oben drauf. Das sieht einfach richtig klasse aus. Vorne hat sie noch ein Tütü. Ich glaube, Tütü heißt das, dieser Anzug, den sie hat. Auch der ist bedruckt mit silberner Farbe, dass es eben so schön glänzt im Licht. Und ich glaube, das absolute Lieblingsteil an dieser Figur, das ist definitiv hier diese Zuckerstange. Ich finde die so klasse. Und auch ich glaube, deswegen werden viele versuchen, eben diese Figur zu bekommen. Einfach nur für diese Zuckerstange, um die in irgendwelche Weihnachtsmox einzupacken. Wir haben hier unten bedruckte kleine Beine mit kleinen Streuseln drauf oder was auch immer das sein soll. Die Streusel haben wir hier vorne auch auf dem Gesicht. Sie hat eine Krone auf dem Kopf. Man kann ihr dann natürlich auch hier die kleinen Hörner vom Renntier aufsetzen. Und sie hat natürlich auch ein zweites Gesicht. Das guckt dann ein bisschen weniger glücklich. Also es guckt eigentlich genauso glücklich. Aber auch das Haarteil ist unglaublich niedlich mit diesen kleinen zwei Zöpfen an der Seite. Ihr lieben Leute, was soll ich sagen? Das Unboxing war ja mal mega erfolgreich. Ich habe zwei meiner absoluten Lieblingsfiguren bekommen. Es fehlt jetzt noch der Schneemann. Aber auch den werden wir eben dann demnächst bekommen. Und wir hatten gerade mal eine doppelte. Nämlich das Popcorn-Ding. Und ganz ehrlich, also die Statistik ist wunderbar. Eine von sechs Packs. Das ist absolut genial. Deswegen, ich freue mich riesig. Und freue mich natürlich auch demnächst hier noch weitere von den Figuren auszupacken. Schreibt mir natürlich gerne eure Meinung zu dieser Minifiguren-Serie in die Kommentare. Sagt ihr, es ist eine der besseren? Oder ist es eher so, dass ihr die Lizenzierten bevorzugt? Schreibt es mir gerne unten rein. Würde mich mal sehr interessieren. Und schaut euch natürlich auch gerne dieses Video hier an. Da habe ich nämlich das neueste Lego Star Wars Magazin vorgestellt. Und euch auch den sehr interessanten aktuellen Plan für die nächsten Lego Star Wars Magazine erklärt. Ansonsten danke ich euch ganz herzlich fürs freundliche Zuschauen. Habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.